So Leute und weiter geht es bei Terminator Resistance Annihilation Line Wir wollen jetzt erstmal die Waffe verbessern, dass wir mal sehen wie das geht Also ich habe die Waffe angewählt im Inventar und das kann ich auch verbessern Und jetzt haben wir hier halt hier Chips, jetzt sagen wir mal zum Beispiel Ja, sagen wir mal zum Beispiel Schaden So, einsetzen Jetzt müssen wir darauf und darauf Das heißt hier brauchen wir einfach das hier selber Das heißt, machen wir mal Lade schreiten Zack, so Und jetzt müssen wir nochmal gucken Eventuell nicht, das können wir sogar so überhaupt gar nicht einsetzen Nein, das heißt, das kann ich nicht nehmen Ähm, was haben wir denn noch was da hinhaut Oh, ich sehe gerade die Giga Nein, ich sehe, oh, Moment mal Doch Doch, das hier und wo war das jetzt und Aber, ah, Mist, falsch Das war auch gar nicht der, den ich einsetzen wollte Oh, Moment mal, ich sehe da doch gar nicht, wie ich sehe Oh Ja gut Dann kann man da doch nichts machen Nee, dann können wir die Chips so alle gar nicht miteinander einsetzen Dann sind wir leider untereinander alle nicht kompatibel Können wir leider nichts machen Es könnte aber, ich werde immer theoretisch sagen Dass wir zum Beispiel Das einsetzen Dann Das einsetzen Da muss ich Und Aktivieren Zack Waffenmodifikation aktiv Das heißt, Feuerrad hat 20 Stabilität 6% Schaden 30% Aber das Ja, keine Ahnung, ob wir jetzt was verbessert haben Oder nicht Ich weiß es Doch, letztendlich, wir haben damit Waffen verbessert Plus 9, plus 90 Und, jawoll, letztendlich, ja, sehr schön So, und weiter geht's Ha, 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 ha Die Evacuation-Route lebt durch das Feld Dann, lasst wir es weg Okay Oh Nächster So Jetzt sehe ich weitere Chips Oh, jawoll, 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 jawoll Aufnehmen Hier auch noch Kipps bei ihm Ver... Oh, oh Aufnehmen, ich verstanden Ja, aber wir können ja jetzt nicht Wir wollen auch ohne Kippen machen, ne Weil sonst gehen die Leute jetzt auch überleben würden Hmhm Fall doch um, Mensch So So Schiff Copy that We'll be heading out soon I'll just set a couple more Explosives As a parting gift for Skynet And we'll be on our way Okay, Remi Ich werde mal sehen, dass die Terminator gar nicht mehr ganz so schnell rauf gehen Aber fünf Nicht auf die Schießen Abgeschottet Was soll denn das denn denn Scheiße? Wieso geht ihr denn nicht hier hin? Warum wollt ihr mich eigentlich nicht verarschen oder was? Nein, wir sind auch nicht so weit Also irgendwann haue ich euch die Knochen alle zusammen, ich sag's euch So Ähm Abgeschaltet Erstmal machen wir jetzt das da Blöden Dunkel Wer haut ab da? Ich noch nicht Ich glaub es hage will euch Ich kann doch nicht einfach die Mission hier alle auslassen Junge, Junge Immer dasselbe, ey Wenn sie mich wieder reingehen ich da eben Von den eigenen Leuten in die Falle gelockt Naja Jetzt hör auf zu lang, Mensch Zack Mal gucken, mal gucken wie ich da wo Wie ich da wo hinkomme Oh Hier schonmal glaub ich gar nicht hier so durch Siren, warte mal Nein Nein Nein, das ist nicht Die schonmal keinen, gar kein Weg dahin Wir müssen anders dahin Oder wir müssen etwas an Umweg, glaube ich Das könnte natürlich auch sein Na komm schon Aber vielleicht gibt's doch noch Ha? Doch? Doch Ja doch Ja doch Ich glaube hier ist doch ein anderer Weg dahin Ich glaube hier ist doch ein anderer Weg dahin Das ist doch auch der, der auch dahin geht Ja Womme Das ist doch auch der Weg der Welt Das sieht doch gut aus der Welt Ok, hier haben wir uns Zug Ah, durch den Zug, okay. Okay, zack. Okay, hier hoch, alles klar. Nein, das wird schon mal in dieser Seite, hier ist mal wieder gar nichts mehr. Ähm, aha. Warum lag denn das jetzt? Oh, hier ist ein, warte mal, jawohl, zack, uah, was, wo, wo, ja, oh, zweifeln wir noch davor. Ja, cool, gibt mehr Tipps, warte mal. Ja, es ist denn da schon wieder. Weiter geht's. Oh, Mann, hör, abzulegen. Was? Was? Oh, nein, 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 nein. Ey, was sind das für Dinge, selber Fische oder was das war, ne? Ah, ich glaube, ja. So, jetzt sind wir hier. Na, gut. Oh, hacken, ne? Okay, dann machen wir mal. Zack, 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 uah. Oh, oh, Mann. Was war denn das für ein Blödsinn hier? So, zack, erledig. Okay, okay, war gar nicht wichtig. Okay, aha. Jetzt geht's hier also quasi zum Flur. Nein, will ich jetzt auch nicht hacken. Was war jetzt denn? Ach so. Ah, Maschine. Ruhe. Noch eine Maschine. Nein, kein Chip. Waffe, wieder geht's. Aha. Der hat alle jemanden hin zu. Sack. warte mal der hier hat auch, ne doch nicht aber der Terminator hat natürlich auch wieder einen Chip so oh, wieder was zu fängen aha zack, zack zack, zack, zack zack, zack zack, zack, zack habe ich da den Tugum kaputt oder was passiert jetzt öh, hier muss ich abhauen oder wie oder was Mama und nu aha, jetzt muss ich zum blauen da in die Richtung, ok, alles klar weiß ich Bescheid aufs Zulabisch, jetzt haue ich mir die Knochen kaputt so, zack, und wieder ab nach oben aha schön ich habe den Turm zersägt geil, perfekt so so nein, noch immer nicht sag mal da ist noch eine Mischung die geht, hä auch wieder in die Richtung evans, we've got to step it up I appreciate keeping the morale ist es denn auch dort aber ich weiß gar nicht, ob ich hierdurch da hinkomme das hier überhaupt richtig ist naja, werden wir gleich sehen ok hmm gut, war mächtig großer Fehler gar nicht hierhin, das war falsch das war Quatsch, dass ich jetzt hierhin gelaufen bin wie durch kommen wir dort gar nicht hin ach man ey kann ja wohl nicht wahr sein na ah und wieder hoch Mist ah ah Terminator Annihilation ah Annihilation nein, Mann was ist das für ein blödes Wort, Mensch das ist ein blödes Wort, Mensch Vernichtungslinie soll das ja auch heißen, wie ich verstehe warum nicht gleich haben wir geschrien Terminator oder sowas, Mensch Terminator heißt doch auch Vernichter oder sowas nein, ihr müsst so ein schweres Wort benutzen wie Annih egal, Leute vergiss es Annihilation oh, Junge Annihilation genau Annihilation oh, Jo das ist ein mieses Wort ey da wollen nicht zu fassen so ein Wort oh ach man ein Teil von einem A-C-K zack jetzt wollen wir mal wieder runterhecken yay zack zack ey scheiße was ist das denn denn Mist Alter, das ist der Freise ey mag es noch so ein Mist da auszudenken die Plasmas Containers wir werden die HKs k ich habe mich gar nicht gesehen man Überall terminiert, ey, Manns, kleine Theologie ist mir auch auf den Sack. So, das kleine Theologie ist aber weg. Ach so, mitnehmen. Der Hochdruck ist voll, ach man, geht das schon wieder los. Ich nehme mal nicht an, dass hier diese... Nein, ich sollte nicht an diese Kiste hier. Ich muss jetzt irgendwie hier was untersuchen. Doch, ich muss jetzt definitiv noch irgendwie was suchen, aber was? Das ist die Frage. Ey, dann, was geht's noch mit dir? Ennihilation, ja, Ennihilation, oah. Aha! Hier, da haben wir es doch. Da haben wir doch das Terminal, okay, wieder so eine Schweinerei. Ach, geht doch. Wunderbar. Boah, ich muss ja weg hier. Mama! Wo ist der Ausgang? Wo ist der... Ah, oh. Mission abgeschlossen. Ha, jawohl. Ah, hier, da, 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 aha. Jetzt können wir nach Hause. Jetzt können wir nach Hause. Jetzt ist die Mission abgeschlossen. So, jawohl. So, jawohl. So, jawohl. Chicken dances. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob ich es hier unten lang müssen dazu. Ah, ja, doch. So weit ich mich erinnere, doch, doch. Oh, hör auf, zu lange schließt das Haus hier die Schieße ab. Mensch, das gibt's doch jetzt nicht. Was soll denn das jetzt? Oh, Mann. Ich bin... Oh, sag mal, bin ich jetzt falsch gelatscht, oder was? Ah, ja, ich bin falsch gelaufen. Ich, Idiot. Ich muss gar nicht hier hin. Ach, komm, das kann's doch wohl jetzt nicht sein, Mensch. Ah, aber hier geht's nicht. Warte mal, Augenblick mal, aber hier geht's doch gar nicht weiter. So, gleich werde ich mächtig sauer. Gleich werde ich wirklich sauer. Ah, doch, hier, hier geht's weiter. Na, wer sagt's nicht. Ah, na, wer sagt's, geht doch. Annihilation. Ja, jetzt habe ich's, Mensch. Annihilation. Jetzt kann ich da, krieg's hin, den Quatsch auszusprechen. Annihilation. Ja, Mensch, ja, Annihilation. Annihilation, nein. Annihilation, nein. So, jetzt habe ich's. Terminator Resistance. Annihilation, nein. So, geht doch. So, dann würde ich sagen, haben wir's geschafft. Yay. Elektro Pfeiler, wir nehmen. Ja, verlassen. So, jawohl. Oh, wir sind im Rebek Essay angekommen und haben die Person ausdrücklich gemacht, die das SOS abgeschickt hat. Anselmo ist in einer der vermissten Einwohner von Nassos Ridge. Wir haben ihn in Sicherheit gebracht und hoffen, dass er über weitere Informationen über den Aufenthaltsort der anderen vermissten verfügt. Vielleicht können wir Ihnen immer noch helfen. Okay. Wir sind aktualisiert Zeuge. So, jetzt bin ich mal gespannt. Die sahen genauso aus wie ihr, gleich um die formgleiche Waffen. Wir dachten, ihr hättet uns gerettet. Aber sie würden uns zu Transporten, die uns direkt zu einer Terminator-Fabrik brachten, eine Produktionslinie, die Tätigwunde davon produzieren. Also sind unsere Vermissten noch da. Ein Barboni, die meisten finden sich in einem Arbeitslager, das nur von unweit von... Carries, wo ist das? Weiter Richtung Norden. Wie weit? Ich konnte nicht sehen. Es war dunkel. Schwer zu sagen. Du weißt, was ich wissen will. Was? War es hinter der Vernichtungslinie? Ja. Ja. Ah, Mann. Das habe ich noch nie zuvor gesehen. Sie setzen alles auf ihren Weg entwandern. Ui. Ich bin dann vorbeigesteht, nachdem ich aus dem Konvoi ausgebrochen war. Der Boden war so heiß, dass die Sohn in meiner Schuhe geschmolzen. Uah. Habe ich das richtig gehört? Wir werden nicht für dieses Ding hier überqueren. Das war nicht Teil des Plans. Ruhe. Es sollte eine schnelle Aufmerksamkeit passieren. Und wenn man eins klar ist, ich bin hier der Boss, ja? Und wenn ich ihr sage, wir überschreiten die, wir überschreiten die, ist das klar geworden. Bist du sicher, dass sie dort sind? Ich? Was ist mit ihm los? Nein, ich bin mir nicht sicher. Sir, wir müssen einen Rückzug in Betracht ziehen, Sir. Ich habe mit deiner Bedäten zurückgelegt genommen, Corporal. Letztendlich bin ich es. Jetzt vorbeiget ich es. Es ist erst ein fairer, die Umgebung vorbeiget. Wir sind der erste Entwachtdienst. Wir sollten wieder einen klaren Kopf bekommen. Ich wessere den Ding, was mir abwachsen werden. So Leute, Mission abgeschlossen, Zeuge. Ding. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Neu Missionen zugefleckt. Na, am Aufkommen. So, jetzt ist es mal gut. Ich will den Part beenden. So, das ist danke fürs Zuschauen. Abonne ich meinen Kanal. Gib mir einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal bei Terminator, Resistance, Annihilation. Nein. Ha, ihr habt es. Also, bye.